Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Night of the Old Republic 2 The Sith Lords oder Two The Sith Lords wie auch immer manche nehmen wir es stehen so gehen wir erstmal ins La... ne das das ist für uns noch nicht von nöten das brauchen wir erst wenn wir hier noch mal hinkommen das war es das war es ja das war es ich gehe wo ich nicht will war das eine Drohung oh mein Gott ich glaube euch nicht ja aber ich glaube ihnen doch denn da ist wirklich ganz schön giftig drin ohne Raumanzug kommen wir da nicht rein und wir sind natürlich zu doof um einen Raumanzug aus der Ebenhau mitzunehmen falls es überhaupt einen gibt also können wir das nicht machen also gehen wir einfach mal was ist eigentlich unsere Aufgabe wo hast du denn die... toll bringt mir das okay gehen wir zuerst in die Kantine die auf einem anderen Planeten... nein äh die... Moment kurz geht ja da hab eben gemacht dass wir... was? Moment so jetzt geht das guck mal jetzt kann ich auch das hier machen was ich vorher nicht machen konnte das können wir uns auch so betrachten ohne dass ich gleich mit der Kamera einmal rumsprinke okay fasser wer bist denn du? Umba Boska doana für wen aber es tust du? da war Dumbamunsu obwohl das müssen wir noch gar nicht machen vielleicht kann man es doch mal... ah ja wir können es doch mal Energie auf Pilon 1 umleiten Pilon 1 aktiv Energie auf Pilon 2 umleiten zu wenig Energie Energie auf Pilon 3 umleiten zu wenig Energie Energie auf Pilon 1 umleiten alle Pilonen in aktiv okay ich guck mal okay das ähm habe ich noch nie wirklich verstanden ich freue mich nicht ob ich es unbedingt schon mal irgendwann rausgekriegt habe wirklich ich gehe mal eben zu Pilon 2 und guck mal danach bis gleich so hier ist eine Konsole mal sehen hallo? achso die Kon... ah ich bin so blöd ne ja komm ich gehe eben zu Pilon 1 und ähm mach vorher beim Terminal das lasse ich euch mal auch sehen obwohl... ne bis gleich so Energie auf Pilon 1 umleiten Pilon 1 aktiv jetzt gehen wir zu Pilon 1 das Terminal da müsste nämlich jetzt auch aktiv sein bis gleich lalalala Konsole Pilon 1 aha ihr ID Signatur an der Fracht anzusuchen ID Signatur prüfen ID Signatur des Rostes Silber aha a la Kando Rachter Priorität zu weisen zu schlagen was bringt uns das? na ich glaube einfach wir müssen das noch nicht machen glaube ich jetzt einfach dann gehen wir mal wieder zurück denn in diesem Bereich ist keine Kantine wir sind wieder hier wir sind wieder hier so wer bist du? bist du irgendwer jemand? nein du bist keiner der immer Final Quest braucht hoffe ich denk nicht sag ich einfach sooo Moment mal eigentlich die Rodianerin die hat ja ihre ganzen Sachen hier gelassen die könnten wir ja theoretisch ausrauben können wir aber nicht weil das Spiel ist uns nicht erlaubt mann wo ok da geht's rein zur Kantine hu 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 gehen wir mal hin DOR hä? ah Sieh das schon? 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 hehehe DORSEN DER WINOT DORSEN 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 D Prozent 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 okay wo sind wir denn jetzt nicht noch wieder auf danke Prozent Prozent der Nitzel-Sommer Prozent sie erwischen mich in einen günstigen Augenblick normalerweise wollen viele Spieler mit mir spielen aber sie haben Glück es ist gerade sehr ruhig warum wollen so viele mit dir spielen das liegt wohl daran dass ich kein sehr guter Spieler bin leider machen die Fähigkeiten eines Protokoll Droiden und die Sprachverarbeitung noch keinen guten Passag Spieler aus warum spielst du nun ich kann nichts dagegen tun immer wenn ich eine Antwort auf diese Frage suche bekomme ich das Bedürfnis hierher zu kommen und Passag zu spielen ich befürchte dass mein Speicherkern das Problem ist ohne regelmäßige Speicherlöschungen sind Degeneration und Instabilität unvermeidbar meine Passag-Sucht scheint ein Zeichen dieses Verfalls zu sein ich könnte einen Blick auf deine Programmierung werfen ich weiß nicht ob ich das möchte ich empfinde eine gewisse Befriedigung beim Spiel wollen sie spielen? es gibt offensichtlich ein Problem mit deiner Programmierung das solltest du reparieren lassen bevor sich der Schaden ausbreitet sie haben recht ich möchte nicht dass sich das Problem auf meine zahlreichen anderen Funktionen ausbreitet lass mich einfach auf deinen zentralen Rechenkehren zum Greifen du kannst keine verdächtigen Programme finden was? heißt das jetzt? ein Dru- Druiden ein Druiden ja klar das Wort ist ja auch das gibt es ja auch na klar dann sind die Städte und die Person die Spiele schuldig die Spiele schuldig ja toll die Hälfte dieser Spieler hatten Karten im Ärmel jede Wette oh Darmann Sack du mich auch schätzen und Tomatot Kannst du deinen Motor lang genug runter drin, dass wir eine Partie Passag spielen können? Habt ihr noch Karten, die ich euch abkaufen kann? Ich habe nämlich keine. Okay, Waffen. Passag-Karten. Als Waffe, klar. Okay, wie viel kostet das denn? Oh. 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 Oh, die kosten immer mehr. Schlecht. Ähm. Ich kaufe einfach mal hier gerade mal so fast alle, nö, ist klar. So. Ah, ich kaufe einfach alle, komm. Ist das auch, ja, ich kaufe einfach alle, so. Hier, ich habe einfach alle gekauft. Ich bin voll gut, ne? So. Ich habe ein paar Mal in der Tate. So. Ja, du bist du. Oh. 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 neun Tagebuch eintragen gekriegt hat er noch krass das war ein automatisches Spiel okay gerede seit Kölner Eier haben da war dass die Touristen ich habe ein paar Fragen über die anderen spielten ein schönes Spiel wir müssen es mal beenden dann aus dem Alltag was ich habe ich einen Kredit verloren den einen Kredit hätte ich jetzt bestimmt irgendwo ganz dringend gebraucht da bin ich mir ganz sicher so meine Welt ist besser zu spielen bin ich so wie viel setzt du mal überlegen sagen ich muss das jetzt ich mache einfach beides gleichzeitig Pfeiltaste und ja genau ich setze einen Kredit damit ich euch das nur mal zeigen kann denn ich bin so schlecht im Passag also das Spiel geht so erstmal muss man aus seinen verfügbaren Karten ein paar Karten wählen ich nehme zum Beispiel Lola ja davon habe jetzt zwei Euro beim beim dem 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 habe ich eine zu viel nämlich die weg mache ich da so spielen willst du dir ja möchte ich habe einfach genommen so jetzt geht das ganz einfach so also sie hat jetzt eine karte gelegt vier also wir müssen das jetzt so machen dass wir nicht über 20 kommen wenn der g wenn wir es schaffen dass der gegner über also die hat uns jetzt vier punkte gegeben wir haben jetzt vier punkte die darf uns nicht punkte gehen dass wir über 20 kommen klar gut wir müssen sie irgendwie dazu kriegen über 20 zu kommen dann gibt es noch so ein paar eben regeln wer genau auf 20 ist der hat extra punkte oder so gewonnen drei runden gibt es und wer halt ja gibt halt drei runden punkte drei punkte für jeden wer drei punkte hat hat gewonnen ganz einfach so ich nehme einfach mal plus vier plus vier das kann ich kann ich das oh jetzt habe ich bei mir gelegt das wollte ich eigentlich gar nicht machen okay egal ja sie kann uns direkt zwei geben wir können aber keine auf ihren stapel legen das ist ziemlich doof